Sie sind hier, 12. November 2018, 16.41 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Jonathan Klinsmann steht im Aufgebot der USA Urheberrecht, Getty Images Torhüter Jonathan Klinsmann von Hertha BSC wird kurzfristig vom US-Verband für das Spiel gegen England in London nominiert. Fünf Tage später folgt Italien. Torwart Jonathan Klinsmann vom Bundesligisten Hertha BSC ist kurzfristig vom US-Verband für das Spiel gegen England am Donnerstag in London nominiert worden. Das twitterte Hertha am Dienstag twitter.com//hertapsche//status//1061982649215057920 Der 21 Jahre alte Sohn des früheren US-Nationaltrainers Jürgen Klinsmann spielt seit 2017 beim Hauptstadtclub, kam aber noch zu keinem Bundesliga-Einsatz. Die USA treten zunächst am 15. November in England an und treffen fünf Tage später auf Italien. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst. Die USA treten!